Und damit herzlich willkommen zurück zu Korn, ey, 2017, ey, los Leute, 2017, so eine Kuch Wow Free one, come on, is this good Unser Rainbow-Projekt ist aber auch echt das dümmste, was uns Disgust-Kommentare angeht Also nicht die YouTube-Kommentare, sondern was du hier sagst Entriggert Wenn du weckerst da wieder rum, ja, dann schreiben die bei mir in den Kommentaren Nein, ich meine das, was wir reden Keine Sex-Programme Rainbow ist der größte Quatsch, wenn wir das machen Aber es macht Spaß Es macht die Seele frei, ja Die schlechten Angewohnheiten werden besiegt Es liebt, es siegt die Liebe und der Humor Ich bin Warum bitt ich jetzt unten? Da spielst du einmal kotze Gläser Kotze Gläser Ich muss ehrlich sagen, dass ich echt unzufrieden gerade mit dem Spiel bin, ne? Was sagst du? Ich bin echt unzufrieden mit dem Spiel Du bist unzufrieden Nee, Frames nicht mehr Das ist halt alles so fast schrumm, ey Aber vielleicht kann man einen in den Kommentaren schreiben, ob man das fixen kann Vielleicht ist auch dein Eino-Monitor nicht mehr angekündigt Probier mal FXAA Nein, dann sind die Frames wieder bei 3 Mach alles auf Ultra, dann ist es schön Wie gesagt, schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr wisst, woran das liegt Dass es so komisch aussieht Wahrscheinlich wird das einer wissen Also ehrlich jetzt Ja Oder schreib es bei Dano und lese ich da mit Aber das ist jetzt halt nicht, ey Schreib bei Dano, was für Grafis hätte ich es benutzen sollen Jetzt kommt klar, ey Du gibst ein wenig rein Shipwurst Wenn du sagst, sie los Du willst dein Ding reinrollen? Ich hab viel zerstört Fürs Rekt oh I use a down Wo ist Geflash? Ich binまあche Sehr gut Ich hab Viel zerstört Uh schon wieder Uh Boy Weißt du, was geil an Tautos Charakter ist? Der kann einfach reinrennen. Ja, hat's ja irgendwie selbst geflascht. Nee, kann er ja nicht. Äh, bei mir hier. Keiner umspot. Alter, der kleine Junge ist weggestellt. 50% lebend. Hab den in den Raum gedrängt, hab den in den Raum gedrängt. Draußen, draußen ist einer, draußen ist einer. Ja, der hat dich ausgedrängt. Nice, schön. Die Steilente. Ähm, ich hab mir eine Stachel im Fuß gehabt, die Scheiße. Ja, den musst du rausziehen, Alter. Das ist wie so ein Bienenstachel. Der ist wie so ein Bienenstachel. Der hätte einfach F gedrückt halten. Ja. Aber in der Zeit bist du halt angreifbar, deswegen erst in der Ecke. Das ist halt ein echt mieser Stachel, ey. Das ist echt so reinschmeißen und reinrushen. Mich hat ein Skorpion gestochen. Ich wette... Ela, wann wolltest du... Taut doch den neuen. Darf ich mal den neuen? Welchen von denen? Den Ela. Den, äh, den, äh, Ding. Den Ela. Den Ela. Let's see on. Heißt, der steht auch da. Let's see on, okay. Ich wette, das Spiel ist so gut programmiert, dass wenn du den Stachel hast und den Diffuser und du den F drückst, lässt du den Diffuser droppen. Wetten wir? Ich wette, du machst beides. Wahrscheinlich. Ich wette, hundertprozentig. Ja, was passiert, wenn du mit dem Stachel in der Bärenfalle rittst? Kannst du dann immer noch rausziehen, oder stirnst du dann? Stimmt, eigentlich müsste er weiter tricken. Ja, genau. Du kriegst ja dann immer noch Damage von dem Stachel und trängst in der Bären. Ja, jetzt gibt's eine Weste, aber es darf nur der Alex eine rausnehmen. Hey. Na gut, dann gibt's jetzt einen Teamkill. Einen Teamkill? Wow. Hast du grad die Westen zerstört? Wer? Du hast die Westen zerstört. Du hast alles zerstört. Du hast grad die Westen zerstört. Du hast grad die Westen zerstört. Da gibt's keine Punkte für Kapuze. Keine Punkte. Du fuck nee, du hast meine Westen zerstört. Das ist ja ein Schmarrn ein und ein und ein. Die Einzigen, die Einzigen, die Einzigen, warum ich hier bin. Die ist zerstört. Seinen Sinn zerstört. Das Lebenssinn. Die ist zerstört, dieser. Du hast meine, warum machst du das? Ja. Weil er kann. Du bist ja gut. Holy fuck. Ich habe was versehen, hab ich geschlagen. Aufversehen. Nee, lass du nicht. Ey, komm, mach. Warum du Alex? Nicht auflassen, zumachen. Lass doch auf. Der hat auch keine Ahnung. Warum leckt das so? Warum leckt das so? Warum habe ich so wenig Friends? Warum ist das Spiel so schlecht? Warum habe ich keinen neuen Ausblick? Bart, Bart, Bart. Ist schon drin? Dinges Fenster. Ist denn Lisa auch dabei? Oh scheiße, rechtes Fenster. Oh scheiße, rechtes Fenster. Wie, rechtes Fenster, wo? Rechts im Bart. Achso. Und ein Braun. An meinem Spot, oder? Kann auch so eine Spiegelung sein. Das war ja wahrscheinlich eine Spiegelung. Was passiert dann da? So ein Bogen. Weiß nicht. Der Magnum. Was passiert denn hier? Ich bin voll überfordert. Ich bin voll überfordert. Was ist denn das? Hey, der schießt von links aus. Ja, ich weiß. Jetzt macht er nicht ins Hemd. Hier kommen sie überall. Hilfe! Hilfe! Er ist aus vom Fenster an der Asi. Oh nice, schöner Heli Oh IQ! IQ im Treppenhaus Ich hätte noch was rausgekommen Welches? Ach ja Treppenhaus, es gibt 300 Treppenhäuser in diesem scheiß Haus Wir hätten schon Haupttreppe gesagt Das heißt kleine Treppe Nein, das war offensichtlich wo das ist, weil ich auch getroffen hab im Fall eben Draußen, von draußen bei den Fenstern Lass den Faxen Im Kinderzimmer ist einer Draußen ist einer IQ kommt jetzt in Gang Hier, da ist Spot, zwei Stück Die hat ne Nate geworfen Ne Flush Die ist im Workshop Daxi, jetzt gibt die Mühe Daxi, Oberheel dich, wenns kannst Wenn du die Ruhe hast Er hat keine Zeit, er muss jetzt da schauen Wenn rechts einer reinkommt, könnte er noch geschockt werden Der ist geschockt Der im Bart ist zweimal geschockt worden Der hat erstmal Pause Ne, die waren jetzt drei von allen Seiten Ja, die haben jetzt alle Winkel Ja, meine Info war genau andersrum gemeint Der im Bart war geschockt worden Den kannst du erstmal ignorieren Der hat jetzt erstmal Pause Ich hab auch gedacht, auf den sollte er gehen Ne, 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 ich hab's auch so verstanden wie Downloads meinte Du bist auch smarter als wir alle Ach, Quatsch Ich spür einfach War ne schwierige Ausgangssituation War 3 gegen 1 Und du weißt nicht, dass es kleine Treppe ist Du warst einfach nur eine Ausrede Du warst offensichtlich welche Treppe es war Was lustig ist, hier sind so viele neue Geräusche in diesem Spiel Hey, Alex Ja, du Geräusche Neue Grafmix Unser Trotter will was beleidigendes Sankt Hören wir zu Da ist es schon Ja, ich bin auch immer erst Schau mal, wenn man die Tabelle jetzt umdreht Dann bin ich auch erst Oben Wo? Oben Äh, Master Was denn? Leer kalt's machen Ach, Manu Ach, ich wusste, dass der Großkotz widerspricht Denn wir Ich weiß nicht, wie hoch die Range ist Aber die hat jetzt versucht, dass wir aus dem Kinderzimmer rausgehen Ist die Mine von ihr an der Decke Noch 10 Sekunden Ich weiß nicht, dass wir im Kinderzimmer raus Also im Flur oder was? Genau, wenn du von dem Kinderzimmer in den Flur gehst Hängt die Mine an der Decke Ich weiß nicht, ob das triggern kann Das Haus ist sicher scheiße Das stimmt, oder? Das ist direkt an in den Hafen Wär schon ne hohe Range Ist das bekannt, was denn? Oben, oben, Bart, Bart Ja, wer rennt da die ganze Zeit vor mich? Kapuze Hab sie, hab sie Ist doch jetzt easy, mach doch mal nicht in die Pampers Äh, großes Schlafzimmerfenster ist auch offen Das ist'n da los, Alter Das ist Rainbow Das ist Rainbow Rainbow Six Hat ein Handy kassiert Dann müsste er ja tot sein Ich hab immer viel Leben, kann mich mal rechnen, bitte? Nein Du kannst beim Dach springen, wenn du weniger als 20 hirst Ja, nochmal großes Fenster Kapuze hat einen gesehen Nochmal großes Schlagzimmerfenster Ja, ja Ey, das Haus brennt Hilfe Attacke Ihr macht das ja, ne? Könnt ihr aufhören, jedes Terrassenfenster zu vergewaltigen? Ich würde nicht durch die Fenster gehen, da ist noch ein Capcan Der größte Helden deiner Welt Musst du dich nicht hingehen? Wer nutzt meine Pumse? Herr Alex Lalo, sag mal an, wo soll ich hingehen? Im großen Schlafzimmer ist einer Hier oben, oder was? Also die Minen triggern relativ heftig Hab einen Dog Hab einen Dog Immer noch von mir Doch mein großer Schlagzimmer Einer ist bei mir Einer ist hier Einer ist hier Einer ist Construction Ich will dich noch gar nicht retten Bitte Bitte Danke So, ich hab's schon gesehen Alex, macht einen guten Calls Construction ist noch einer, der sechste Mann Der sechste Mann ist da Da haben wir noch irgendeine Achtung, Bernd, warte Ich dachte mir, was ist das für eine Scheiße? Der liegt Ist er da links? Ja, im Schrank war auch er drin, also da wo ist der Schrank Geradeaus Ja, schon okay so Ballerballern Was scheiß alles Mach mal richtig auf Hier Da wo es auf Fuck Eigentlich, einfach in der Doppeltür In der Doppeltür Schlafzimmer Großen Genau Da wartet Ist ja noch im Grunde Aber Ja, nein Er ist irgendwo im Raum Er ist im Badezimmer Er ist im Badezimmer Hallo Nein, er ist nicht im Bad Doch, er ist im Bad Er ist im Bad Jawoll Man Die Calls Hier Das sind in der Geräusche Construction noch einer Da hat nicht mal ein Gadget lag Da Nichts im Anderen Aber wir müssen nochmal Er wird sich wieder lustig gemacht Über andere Spieler Man spricht jetzt mal den richtigen Operator Weißt du was richtig bei Ihnen ist? Der Les Jon hat diesen Giftpfeil im Mund Kann man blöde auch sein Oh Gott Bless Sie Und erstens hat er nur den Pfeil im Mund Und du weißt ja noch gar nicht ob Gift dran ist Ja, wo traust du denn? Der braucht sich nur verkauen Ich muss aber Kapuze gerecht geben Bei dem Blick im Endscreen Das schaut echt noch aus Als wäre da ein bisschen mehr Es hätte grad Es hätte grad im falschen Pfeil gewissen Genau Das kannst ja verwechseln Ja oder Schau mal Er ist noch kein Gift Auf seiner Weste Ja, aber es kann ja sein Das sind verwechseln Er denkt sich Hey, das schaut cool aus Und dann nimm den falschen Oh, ich bin ausgebildet Operator der Spezialeinhalb Jetzt leg doch mal ne Weste Dann leg dich doch nicht hin Jetzt ne auf Wenn du die Sitze zerstörst Dann zerstör ich dich Kapuze Ich muss hier leider den Dropper verschneiden Tau Tau Das ist mir Ich weiß nicht ob deine Weste Kapuze geht Du bist ein richtig Du bist ein was Rechter Mensch Oh come on Wow Das ist scheiße Hey Schockthrone Was sag ich denn ernst ey Warum ist die Haupttür offen? Wo kommen diese ganzen Drohnen her? Ja die nerven Die sind neu oder? Außen Verpackt Nein, nein Doch Meine Dings hängt hier fest Die kommt nicht Mein Stachel kommt nicht raus Typische Bubbling Wir bei Alex Alex Der Stachel kommt nicht raus Ja Ist ganz gut Oh shit Direkt da außen Große Doppeltür Haupttür Unten in dem Vorgarten Schwer zu sehen Wenn du von draußen nach drinnen guckst Ne andersrum Schock Drohne ist unten drinnen Im Tab Raum Jetzt wird rasiert Schock Drohne im Tab Raum Oh nein Von Hä Ich bin gleich auch down Hat doch rasiert Hast du gehört? Leute ich brauche hier irgendwie Hilfe Wo sind die? Oh Gott ich bin full flasht Ich bin full flasht Ich habe aber einen gekillt Ich bin voll überfordert gerade Also richtig Ich bin immer noch full flasht Und werde von der Schock Drohne jetzt angegriffen Hier explodiert einfach alles in diesem Spiel Absolute Rasur Steinehnte hat gelieft Wo ist der? Hallo? Im Raum glaube ich irgendwie Ich werde immer von irgendeiner Seite angeschossen Ja hier Seiten War da einer? Hast du mich angeschossen? Ne 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 hier draußen ist einer Hier Ah fuck Hier lass ich mal kurz das Lähnen Im Garten oder was? Was ist der? Achso das war der Tauter oder? Ne ne das war Alex Nichts Flasht die Action Nur geflasht Hier gehts voll ab ey Einer zieht draußen glaube ich Ich ziehe da raus gerade Einer ist angeschossen Ich bin wieder geflasht Ist drin Ist down Das war der Nur noch einen Anders über mir glaube ich Ne es ist Tautau Omen ist safe Ich bin oben Ist draußen Selbe Stelle Wo der eine gerade auch reingekommen Ist hat mir noch auf 50 runter geschossen Unterm Baumhaus ist er Er teabagt jetzt Tauter Verdient übrigens Ja Alex rechts Ja ja Hast du ihn gesehen Kapuze? Ja ich hab ihn gesehen Da hinten ist er Ja ne war gut Wo ist er? Haupttür Normale Eingangstür Garten Eingangstür Hier also rechts Ja Ja Gucken ob ich noch ne Kamera hab Wir haben draußen noch relativ viele Aber da sieht man nicht Ich könnte sogar sagen Alex Wenn er da reinkommt Muss nicht gucken Lass ihn Ich kann dir sagen wenn er da kommt Der ist links von dem Fenster Ja ja Ich sag ich würde einfach nur Tür sagen ja Ja ist in deinem Deinem Ja ja aber er tappt schnell Ja schön Was? Ja Hier nehm das Richtig schön rasieren Ich schenk Man sieht die Gegner schlechter oder? Operation Orchid würde ich sagen umgeschlagen bis jetzt Wer ist dran? Achso ja das war es mit Rainbow Six Siege und wir sehen uns das nächste Mal wieder hoffentlich hat es euch gefallen bla 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 Der blick wieder Tschüss Guck 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 Borte Guck 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 Bien haben Guck 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 Du Guck Spann